Wir müssen draußen dafür sorgen, dass Strom ist, dass einfach alles funktioniert. Unser Eismeister, Herr Meixner. Riesenapplaus. Thomas von Welt, der besorgt, dass du all das Strom bist. Die Firma Jano, die komplette Wasserversorgung unter Kontrolle hat. Außer jetzt die Sachen, die von Nestlé kommen. Jano, riesen Applaus. Unser Eismeister, Stefan Nebel, der ist oft gebrochen und merkhaft gebrochen und am Abend. Er trifft den für acht Stunden, ich darf jetzt nicht, dass er mehr als acht Stunden macht, sagen, er macht acht Stunden Schichten. Er hat einen Arm gemacht. Er hat ein Koppelschichten. So, Denise Jacobi für den Backstage-Bereich, die macht das gerade. Wer ist denn jetzt nicht? Denise, Juhu! Leonie, Marianne, Lea und so weiter. Die ganze Bagage, die dafür sorgt, dass alle Künstler an den richtigen Stellen landen, alle Presseleute glücklich und zufrieden sind und ein Jahr lang geduldig aufs nächste Festival baden. Ja, Ansgar, der, ich glaube, 50, 60 Volontiers koordiniert in einer handgemalten Excel-Tabelle. Ansgar Grimmstein. Michael Schumacher, Michael Schumacher koordiniert sich daran schon, dass es komplizierte Türen gibt. Also nicht das Team ist kompliziert, sondern die Türen sind kompliziert. Michael Schumacher. Ja, und die ganzen Volontiers sind einfach mal sowieso vielleicht ihr Kids, ne? Ihr seid erstmal die Wichtigsten. Habe ich euch jetzt viel zu spät drangenommen. Also unser Junior-Team, Volontiers, Riesenapplaus, extra Applaus. Ein Mann hat Nerven wie Drahtseile und zwar stärker als ein 22 Tonnenkran. Tom Straub macht die gesamte technische Leitung hier. Ja, und... Komm, komm raus. Komm nach vorne. Rüdiger Eichholz hat ungefähr nochmal, ich glaube, so eine eigene Parallelwelt im Schlosspark geschaffen mit auch wiederum Volontiers und Institutionen und Kirchenkreisen und Jugendzentren und ich weiß nicht was. Rüdiger Eichholz, wo bist du? Das ist schon mit der Trommel abgeräumt. Gut, das. So, ganz wichtig und auch eine Seele des Festivals ist und bleibt Horst Zittrich. Wer draußen im Dorf sitzt, da ist er, Horst, kommt ruhig einen Schritt vor. Horst. Der dritte Jahr ist vorbei. Vor zwölf Jahren. Vor zwölf Jahren, das ist ja nichts. Du musst ja auch mal. Hey, zum Mitarbeiter des Jahrzehnts brauchst du noch ein bisschen. Gut, dann, ja genau, neu dabei, Tim Wilke, der ist mit diesem lustigen Dodge, diesem Mobil mit der Bühne oben drauf, wo fast die Hälfte der Festivalmusiker drauf gespielt haben, durch die Gegend gefahren, hat alle Stationen versorgt, in den Außenbühnen mit Getränken und mit Drogen. Tim Wilke, großartig, weiter so. Dann die Koordination des Festbedarfs draußen macht auch seit vielen Jahren Norbert Knam mit Laura und seinem Teams-Namen. Norbert, einmal winken, ich muss mal zeigen. Also, Norbert mit Laura. Ja, dann komme ich schon ein bisschen zum inhaltlichen Ding. Das sind ja nicht alles meine Ideen. Ihr müsst jetzt natürlich, das sind schon ungeduldig teilweise. Jetzt ist es langweilig. Aber ich gucke so ein paar so Gesichter und denke, naja, Musik wird besser. Ich mache ganz kurz, das ist ja schnell. Derzeit läuft ganz unbedürftig so ein Soundcheck. Keiner kriegt das mit. Das ist ja total gut. Ich wäre mit diesem Programm nicht an dieser Stelle, wenn ich nicht Leute hätte wie Jan Klare. Und ich weiß, er mag das nicht, aber Sebastian muss nicht mal nach vorne kommen. Ich bringe mir mal einen speziellen Reden. Sebastian Schwink. Irgendwer kennt sich die Hälfte der Ideen dieses Programms sind von Sebastian Schwink. Und der macht das ganz dick und immer hinten rum und verkauft mir so Sachen. Und dann denke ich halt, was ist das denn? Und dann merke ich halt, wie geil. Horse Lords, Entanglements, Richard Dawson. Also, das ist Sebastian zu sehen. Aber Sebastian wäre natürlich nicht ohne seinen Mann für Spezialaufgaben. Sebastian wäre nur die Hälfte. Also du wärst ja auch. Da steht, ich denke eigentlich nichts hinter. Wenn der nicht der Oliver Lutleiter hinter wäre. Wo ist er, Olli? Olli ist jemand, der besiegt morgens und selbst nach Berlin, um ein Visum abzuholen. Es ist um 10 Uhr abends wieder da. Und ich gucke noch zwischendurch ein paar Museen. So ein bisschen richtige Kultur in der Hauptstadt. Ja, Riesenwub an unsere Praktikantin, die in den letzten 6 Wochen ausgebeutet worden sind nach allen Regeln der Kunst. Charlotte und Johanna. Hat euch ein bisschen Spaß gemacht? Oh, geht so. Southside, Hurrikan und Bizarre. Okay. So, dann gibt es eine Riesen-Crew auch hinter der Halle, die dafür sorgt, dass Bilder im Live-Team und bei Arte und so ankommen. Da sind eine Menge Leute im Ü-Wagen von Bildverdraht, Leute vom WDR, Leute von Arte. Riesenapplaus. Niklas Bindel. Mit so. Und so bei, wo ist die mit so. Mit so. Jemand, der überhaupt nichts mitkriegt von diesem Festival, ist Fania. Fania steht vorne im Ticket-Zelt und macht eigentlich alle Leute glücklich. Fania. Riesenapplaus. Fania Borde. Ganz wichtig, die Leute, die nachher alles zählen und abrechnen. Was wären wir ohne Tobias Pabletko und Hendrik Mühlemeyer? Riesenapplaus. 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 habe ich vergessen. Kernteam nach vorne, Klaus, Becker, Sebastian, Chrisi, Ariane, Christian, Frau Verwesel, Ariane auf den Schatten, ich gucke, dass alle überbrühten sind. Christiane Reilers macht die ganzen Gratiken auf die Homepage, und zwar alle für den letzten zwei Wochen. Für Becker macht eigentlich alles, komplette Produktion mit Sebastian zusammen. Klaus ist natürlich mein Lieblingsgeschäftsführer dieses Jahr. Mal gucken, wie lange du noch den Posten bekleiden darfst, ne? Das ist auch eine Leistungsgesellschaft. Danke an meinen Freund, Jacques Beinlinger, für die Entlastung bei der Moderation. Wunderbar. Danke, Jacques. So, eigentlich noch vergessen, den vielleicht wirklich wichtigsten. Mein alten Freund Dirk Küssel als Stagemanager, der dafür sorgt, dass alle Zeiten fast eingehalten werden. Dirk Küssel, Dankeschön. Ich kriege immer noch mehr zugerufen, aber das ziehen wir jetzt durch. Wir haben jetzt ein veganes Catering, das finde ich ziemlich gut. Petersilchen, die machen einen tierischen Job auf der Backstage, da habt ihr alle nichts von, aber wir. Das wissen ziemlich viel und die schaffen das, vier Tage, diese Riesentruppe hier durch zu verköstigen. Peter Sittchen, danke. Ein Mensch möchte ich noch nennen, der wirklich im letzten Jahr das auch ganz eng im Kernthemen mit dabei war, dieses Jahr auch bis eben dabei war. Sie musste jetzt allerdings aus privaten Gründen, also zu ihrer Mutter. Eva Marksen macht Pressearbeit, Produktion und so weiter. Eva, ich hoffe, ihr seid gut. So, und jetzt, habe ich so lange geredet, es ist schon 1972, ja, exakt habe ich so gut gemacht. 1972 war der Beginn dieses Festivals und wir singen jetzt mal ein Ständchen zusammen, also hier, kein Ergebnis. Und zwar Tally Bam, die dies Jahr einfach Artist in Resistance waren, ich komme mit fünf Projekten, das fünfte kommt jetzt, haben sich für den Festivals Abschluss etwas Besonderes einfallen lassen, nämlich das Tally Bam Big Impact Programm. Tally Bam werden 15 Jahre alt. Heute. Und deswegen singen wir jetzt zusammen. Ne, ne, ne. Irgendwie was aus dem Luther, wegen dieser blöden Pfingstferde. Andreas, du hast doch sicher nicht. Nein. Okay, wir singen einfach Happy Birthday, würde ich sagen, ja. Happy Birthday zusammen für Tally Bam. Also, dann machen wir liebe Tally Bams, ne. Okay. Ton? Ah, nur Schlagzeug. Scheiße. Wer hat denn absolutes Gehören, der kann mir mal ein F geben. F ist mal ein guter Ton. Okay. Hast du nicht gesagt, ich die gute Oktave. Mach mal. Eins, zwei, drei. Einmalハm. Das ist der Fandom, bitte für Sie. Ja, das ist eine 15. Wir haben eine Drawn-Kamera. Darf ich das jetzt deutlich? Genau, jetzt ist es richtig. Ihr könnt jetzt auch schräg halten, dann fällt der runter. Also das sind eine 1 und eine 5. Telebam Artist in Resistance. Das ist der Kuchen. Und jetzt geht es los mit Telebam Big Impact.